Fliegerfaust ist heute die Bezeichnung der Bundeswehr für eine Handfeuerwaffe zur Abwehr von Fluggeräten. Der Begriff stammt aber ursprünglich aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Gegen Ende des Krieges wurden von der Wehrmacht die ersten Modelle erprobt. Modelle der Wehrmacht Die Fliegerfaust A wurde 1944 von der Firma HAS AG als Waffe gegen Tiefflieger entwickelt, die vier je 90 Gramm schweren 2 cm Geschosse mit. Raketenantrieb starteten aus einem Bündel von vier Rohren. Die Fliegerfaust B, auch Luftfaust genannt, besaß neun Rohre von 1,5 Metern Länge. Die neun Granaten wurden in zwei Salben im Abstand von 0,2 Sekunden verschossen und bildeten in 500 Metern Entfernung einen Trefferkreis von etwa 60 Metern Durchmesser. Die 6,5 Kilogramm schwere Luftfaust wurde einfach mit dem hinteren Teil auf der Schulter aufgelegt, Einen Rückstoß gab es nicht. Im März 1945 lief ein Auftrag über 10.000 Waffen mit 4 Millionen Schuss Munition an. Im Truppenversuch befanden sich Ende April jedoch nur 80 dieser Waffen. In der Entwicklung war angeblich noch eine im Kaliber vergrößerte 6-Rohr-Version, die einfach Fliegerfaust heißen sollte. Bundeswehr In der Bundeswehr wurden bisher zwei Modelle als Fliegerfaust bezeichnet. Die 1973 eingeführte Fliegerfaust 1, eine Version der US-amerikanischen Min 43 finnische Mark Redey und ab 1992 den Nachfolger, die Fliegerfaust 2 Stinger. Eine Version der US-amerikanischen Min 92 finnische Mark Stinger. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020